In dieser Meditation wirst du die Antwort auf eine wichtige Frage in deinem Leben bekommen. Also, drücke jetzt kurz den Pauseknopf und überlege dir eine wichtige Frage in Bezug auf dein Leben, die nicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Formuliere sie so klar wie möglich, damit deine Intuition dir eine klare Botschaft gibt. Schließe jetzt deine Augen und vernange, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Lass deinen Atem ganz entspannt einatmen. Atme tief ein und aus. Hab das Gefühl, dass du mit jedem Ausatmen alles das, was jetzt nicht mehr zu dir gehört, einfach in die Erde ausatmest. Das, was du heute schon erlebt hast, alle Probleme, Sorgen, all das, was jetzt in diesem Moment nicht gebraucht wird. und all das, was jetzt nicht deinem Besten und Optimalsten Wohl dient. Und stell dir vor, dass du mit jedem Einatmen Frieden einatmest. Allein die Absicht, Frieden einzuatmen, wird Ruhe in dir erzeugen. Du kommst jetzt immer mehr bei dir an und lässt immer mehr los. Du spürst immer mehr dein Herz. Du spürst immer mehr dein Herz. Du wirst jetzt gleich in deine wirkliche Größe eintauchen und in dein intuitives Meisterbewusstsein zurückgehen. Einfach nur durch die Erinnerung. Erinnere dich, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Du warst schon immer der Schöpfer und wirst es auch immer sein. Das ist die Wirklichkeit. Deine tiefe Wahrheit. Vielleicht hast du diese Wirklichkeit für einige Zeit vergessen. Vielleicht dachtest du, auf dem richtigen Weg zu sein und hast nicht bemerkt, dass du den Weg verloren hast. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, wieder zurück zu diesem Weg zu gehen. Erkenne jetzt dein wahres Wesen. Es ist da, bereit in Erscheinung treten zu dürfen. Es wartet nur darauf, dass du dich von allen Gedanken, allen Ego-Umklammerungen löst. Das wird geschehen, sobald du den Kampf aufgibst, den Widerstand und einfach zur Seite trittst. Dann kann der intuitive Meister in dir in Erscheinung treten. Vorziehe jetzt bewusst diesen Schritt. Tritt zur Seite. Und spüre, was geschieht. Welche Tiefe tut sich hier auf? Vielleicht kommst du nun noch mehr zu dir. Vielleicht bekommst du ein klares Bild oder ein Gefühl. Lass diese Tiefe, dieses tiefe, intuitive Bewusstsein nun leuchten. Und stell dir vor, dass es ein helles Licht ist, das nun immer stärker pulsiert. Es wird jetzt immer heller und breitet sich in deinem ganzen Körper aus, ausgehend von deinem Herzen. Sieh, wie das Licht durch dich hindurchströmt und du mit dem Licht verschmilzt. Spüre nun, was dieses Licht, dieses intuitive Bewusstsein, jetzt in dir auslöst. was es bewirkt. Gesundheit. Frieden. Heil sein. Harmonie. Liebe. Liebe. Dein Körper und deine Seele können jetzt ganz heil und in ihre Vollständigkeit zurückkommen. Liebe. Liebe. Jegliche Verletzung, jeglicher Schmerz, den du noch in dir trägst, jeglicher Widerstand wird immer kleiner, immer schwächer und löst dich ganz langsam auf. Ganz auf. Du brauchst all das nicht. Alles, was deine intuitive Wahrnehmung blockiert, was dir nicht jetzt zum höchsten und optimalsten Wohl dient, löst sich ganz auf. Jetzt. Du brauchst all das nicht mehr. Jetzt. In diesem Augenblick fühlst du dich als der, der du wirklich bist. Jetzt. Lass es zu. Ganz. Ganz. In dieser Klarheit, in diesem intuitiven, lichtvollen Meisterbewusstsein, wirst du nun gleich deine Frage stellen an deine Intuition. Du bekommst gleich Klarheit. Bekommst intuitive Klarheit in Form von einer Botschaft, die jetzt, gleich in welcher Art auch immer, zu dir kommt. Sei es als ein Gefühl, als ein Bild, als Worte, als ein einfaches Wissen. Stelle jetzt deine Frage und nimm die Botschaft jetzt an. Falls du etwas nicht verstehst, dann frage einfach noch mal nach. Dann frage einfach noch mal nach. Und dann bedanke dich bei dir. Egal was und wie und ob du irgendetwas erfahren hast, sei dir bewusst, es ist richtig, so wie es ist. Also bedanke dich. Dann werde dir noch einmal deiner Größe bewusst. Und tauche noch einmal tief ein in dein Licht. Spüre das Gefühl der Beständigkeit, des Ganzseins, der Ermächtigung. Und komm langsam wieder in deinem Körper an. Werde dir deiner Zehenspitzen bewusst. Bewege sie. Bewege sie deiner Fingerspitzen. Bewege sie. Streike dich, wenn du magst. Und wenn du soweit bist, öffne wieder deine Augen. Komm ganz in diesem Raum an. Und nimm noch einen tiefen Atemzug. Namaste. Tschüss. Angst. Tschüss. Tschüss. Amen.